Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2020 hier auf meinem Kanal. Heute bin ich, wie bereits im vergangenen Jahr auch, auf dem Leipziger Augustusplatz beim Eistraum angekommen. Ja, ihr seht es im Bild, es gibt wieder ein Riesenrad hier zu sehen, aber nicht irgendeins, sondern das neue Willenburg Riesenrad feiert hier seine Premiere. In den 24 geschlossenen und klimatisierten Gondeln, da geht es dann bis auf 45 Meter Höhe hinauf. Acht Personen finden Platz in einer Gondel. Es ist eine ordentliche Kapazität, die dieses Riesenrad damit zu bieten hat und mir persönlich gefällt es auch sehr gut. Ich finde es ein wunderschöner Blickfang hier auf dem Augustusplatz beim Leipziger Eistraum. Und bevor ich euch dieses Riesenrad ein bisschen näher zeige, gibt es einen kleinen Rundgang über den Platz. Ich zeige euch die Attraktion, die es hier sonst noch zu erleben gibt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und gute Unterhaltung. Möhnlich. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.